Bei Selke handelt es sich um einen proteinstarken, neuen und ertragreichen B-Weizen. Diese Sorte ist für die Vermarktung als B-Weizen sehr einfach und gut geeignet. Selke verfügt über eine ausgezeichnete Blattgesundheit in Milder, Gelbrost, Braunrost und Septoriatritici sowie Fusarium. Es handelt sich bei Selke um einen physiologisch langlebigen Typ, der Arbeitsspitzen im Betrieb sehr gut entzerren hilft. Untertitelung des ZDF, 2020